Ja, hallo, servus, ich habe gerne zu Scientology und Dianetic Privato Probe, zum dritten Teil mittlerweile schon mit meinem tollen Interviewpartner, mit Attila aus Berlin. Attila, servus. Hey, grüß dich, Rainer. Hallo. Und wir haben uns gedacht, oder ich habe mir gedacht, erzähl doch einfach mal, was hast du denn in der Zeit von Scientology oder bis jetzt, was hast du Gewinne gehabt oder was hat sich verändert, was ist so passiert, das wird uns mal interessieren. Ja, da muss ich jetzt wirklich mal so ein bisschen Retrospektive walten lassen, nun bin ich ja nun zwei Jahre hier in der Berliner Org. Also meine Gewinne mit Scientology gingen sogar noch zurück, bevor ich hier in der Org angekommen bin 2011, davor hatte ich mich ja nun schon beschäftigt mit so einigen Materialien und hatte unter anderem, das glaube ich auch nicht von dir, das war noch von woanders, einen Kurs für finanziellen Erfolg. Da habe ich das Kurspack erstanden und habe mal das selber mir durchgelesen und die Daten angewendet und habe dann während der Jahre es geschafft, doch vollständig schuldenfrei zu werden aufgrund eines Finanzplans. Das hatte mich nämlich ein bisschen aufgehalten, durch den Überziehungskredit und durch die Kreditkarte und so, die Zinsen und das hat sich so hingezogen und nun hatte ich das angewendet und bin dann Schritt für Schritt schuldenfrei geworden, zusätzliche Jobs gehabt und gemacht, mache ich aber immer noch und bin also viel auf Achse, habe wenig Tätigkeiten, die mich nicht voranbringen, sowas wie Fernsehen oder sowas, dass, ja, ich habe nicht mal so ein Gerät zum Beispiel, also diese ganzen Zeitverschwendungsmöglichkeiten, die gebe ich mir jetzt gar nicht und, ja, es lief dann darauf hinaus, dass wir, also meine Partnerin und ich, dass wir uns innerhalb von vier Jahren dann entschuldet hatten und jetzt auch weiterhin schuldenfrei sind und, ja, sozusagen finanziell irgendwie sicher dastehen. Was man jetzt vielleicht auch nicht denken kann, ja, weil das ja nun eigentlich möglicherweise ein teures, als teures Hobby dargestellt werden könnte mit der Scientology, ist auch so, dass einige Aktionen teuer sind, aber es müssen es auch sein, weil du kriegst sie nirgendwo anders. Ist aber kein Problem, man kann die Dinge auch selber in die Hand nehmen, so wie ich jetzt, habe jetzt jemand anders, der ebenfalls diese Scientology-Aktionen bekommen möchte und ich bin auch jemand, der das bekommen möchte und dann ist das hier so geregelt, dass ich das lerne, wie das zu machen ist und es der anderen Person gebe und die ebenfalls, das eben erlernt, diese Techniken und die diese Techniken dann mir gibt und das kostet keinen Cent. Egal, wie lange du brauchst, ja, es ist völlig vollständig kostenlos, lediglich die fünf Euro pro Monat, die ich zum Beispiel jährlich zahle, das sind 60 Euro pro Jahr für die Mitgliedschaft, da ist das dann inklusive und nun treffen wir uns zwei, drei Mal die Woche und üben das miteinander oder sie übt es an mir aus und ich übe es an ihr aus und ja, so weit klappt das echt super und ja, den Geldbeutel schont es auch, so kann ich mir mein Geld für die Bücher und Materialien aufheben und mir die sozusagen kaufen. Und das ist eine eigene Welt, also diese ganzen Bücher, die von Algon Habers geschrieben sind, es gibt keinen so großen Wissensschatz, der von nur einer einzigen Person hervorgebracht wurde, somit hast du auch eine wirkliche Konsistenz durch die ganzen Materialien zu erwarten. Du hast es eben nicht von dem Professor, der benutzt das Wort so und dann ein anderer Professor, der benutzt es so, das ist eben mal wirklich auch diese einzigartige Stellung unter den Wissenschaften und eine sehr ergebnisorientierte Wissenschaft, also es zählt nur das Ergebnis und nichts anderes, nicht wie lange man das braucht oder wie man dabei aussieht oder so, es wird nur ergebnisorientiert gearbeitet und es wird so lange gemacht, bis das Ergebnis steht und auch nicht länger. Super. Attila, dann kann man im Großen und Ganzen sagen, dann ist das eigentlich gegen der Meinung, dann hast du eigentlich nicht für Scientology das Geld verbraucht, sondern durch Scientology eigentlich Geld verdient, sagen wir mal so grob gesagt, oder? Es war so, nein, meine Arbeitseinstellung hat sich auch extrem geändert, also ich bin viel aktiver in meinen Jobs und ich bin nach einem 8-Stunden-Tag nicht müde, sondern eher, wenn ich jetzt einen 12-Stunden- oder 14-Stunden-Tag habe, dann bin ich danach noch richtig high und aufgedreht und so und das sind einfach auch Dinge, die durch das Bionetic Auditing definitiv gehandhabt wurden und eben auch durch die Ausbildung, dass du eben zum Beispiel auf der Arbeit nicht denkst, wer bist du, was ist deine Position, sondern du denkst damit, was hast du, was ist dein Produkt, was willst du erreichen? Ja, willst du eine gesäuberte Treppe haben, dann bist du derjenige, der dafür sorgen muss, dass das gemacht wird und dann kann man im dritten Schritt von dir behaupten, dass du der Cleaning Man bist, aber du denkst immer mit dem Haben, mit dem Produkt, was du erreichen willst. Das ist aber nur ein ganz kleines Detail, das kann und muss sich auch jeder selber anlesen, weil es wird immer etwas anders dargestellt, da kann jemand noch so direkt und genau korrekt etwas gelernt haben, wenn er das mündlich wiedergibt, wird es immer eine kleine, die Möglichkeit, das mitzuverstehen, wird immer ein bisschen größer sein, also unbedingt lesen das Buch, die Probleme der Arbeit, ganz simples Buch, das hat man auch, wenn man nicht viele Bücher liest und so, das hat man auch wirklich an zwei Nachmittagen durch und es liest sich sehr leicht, meine Empfehlung dazu, ich habe schon lange hinter mir und die Probleme der Arbeit für mich sind gelöst. Super, gut, dann sind wir heute eh schon wieder am Ende. Passiert. Genau, Attila, dann bedanke ich mich wieder für das nette Interview und dann sagen wir wieder gemeinsam zu unseren Hörern oder Seher oder wie auch immer, sagen wir einfach wieder Servus und Tschüss, bis zum nächsten Mal, oder? Jo, macht's gut Leute. Ciao.